Ich bin dafür, dass man die alten ausgetretenen Pfade verlässt und sich auch mal traut, neue Pfade zu gehen, denn die alten haben es nicht wirklich gebraucht. Tuzing soll Modellcharakter bekommen in der Kinderbetreuung, für eine vorbildliche Kinderbetreuung. Die Schönheit der Natur in Tuzing sollen wir bewahren und zugleich wirtschaftlich stark sein, ökologisch, nachhaltig. Tuzing braucht wieder eine Vision, die wir Grüne gemeinsam mit Bürgerinnen und Bürgern in Tuzing verwirklichen möchten. Für ein mäßiges Wachstum in und um Tuzing, für mehr Zusammenhalt und ein gutes Klima im Gemeinderat. Für eine Energieversorgung in Bürgerhand in Zusammenarbeit mit Gemeinde und Tuzinger Bürgern.